Hallo und willkommen bei WatchMax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute möchte ich dir eine ganz besondere Uhr vorstellen, die SIN 910 SRS, die ich mir zu einem ganz besonderen persönlichen Anlass gekauft habe. Ich habe schon lange mit der Uhr geliebäugelt, entweder die 910 Jubiläum oder die 910 SRS. Ich konnte mich nie entscheiden und nach den letzten Neuvorstellungen kamen noch der Rennstopper 500 mit ins Rennen und zwischen diesen drei Uhren musste ich mich entscheiden. Der Rennstopper fiel relativ schnell raus. 24 mm Bandanstoßbreite sind mir zu viel, insbesondere an der Schließe. Auch die Kronenbedienung war etwas fummelig, sodass es am Ende zwischen der 910 Jubiläum mit dem Schleppzeigerchronographen und der hier gezeigten SIN 910 SRS mit dem Stopp-Rück-Start-Mechanismus oder international besser bekannt als Flyback-Chronographen sich entscheiden musste. Ich habe mich letztendlich für die hier gezeigte SRS entschieden. Sie ist zwar nicht limitiert und ist auch ein klein wenig weniger ausgefallen als die Jubiläum mit der Bi-Compax-Anordnung, aber insgesamt gefällt sie mir besser, weil sie nicht den zusätzlichen Drücker für den Schleppzeiger auf der 8 Uhr Position hat und mir auch insgesamt ein kleines bisschen gefälliger erscheint. Zudem habe ich persönlich den Eindruck, dass diese Variante tatsächlich seltener zu sehen ist als die limitierte Variante des Schleppzeigerchronographen. Zum Schleppzeigerchronographen habe ich schon mal ein Video gemacht, als die Uhr neu vorgestellt wurde und ich bei SIN war. Dazu gibt es schon ein Video, die Flyback-Funktion oder wie SIN es nennt, Stopp-Rück-Start, zeige ich euch selbstverständlich hier im Video. Mit 41,5 mm Durchmesser und einer Bandanstoßbreite von 22 mm bewegt sich die Uhr bei SIN größenmäßig eher im Mittelfeld. Die Bauhöhe beträgt 15,5 mm und die Horn-zu-Hornweite, und hiermit meine ich jetzt die Gehäusehörner, nicht den Überstand des Bandes, beträgt handvermessene 47,4 mm. Auf der Vorderseite sowie auf der Rückseite ist ein Saphirglas verbaut. Das Saphirglas gibt den Weg frei auf das 77,5 mm Flyback mit dem Säulenrad. Ein Säulenrad-Chronograph also. Ja, das ist sie. Mir gefällt sie ausgesprochen gut. Schauen wir mal, wie sie an meinem 17 cm Handgelenk sitzt. Aktuell habe ich das feingliedrige Stahlband montiert, so habe ich die Uhr bei SIN bekommen, werde aber im Laufe des Videos auch noch zeigen, wie sie an anderen Bändern wirkt. Ich finde, die Uhr ist an meinem Arm eine deutlich größere Uhr, aber sie passt noch sehr gut. Das Erscheinungsbild schafft meiner Meinung nach einen sehr guten Spagat zwischen einer sportlichen Uhr, die sich aber auch für feinere Anlässe sehr gut tragen lässt. Die Uhr hat nicht nur einen SRS- oder Flyback-Mechanismus, sie hat auch eine Tachymeter-Skala und diese Tachymeter-Skala ist zweigeteilt. Üblicherweise ist die Tachymeter-Skala, mit der man die absolvierenden Einheiten pro Stunde, also Stundenkilometer oder Durchgänge pro Stunde stoppen kann, limitiert auf eine Stoppzeit von einer Minute, was dann 60 Vorgängen pro Stunde entspricht. Die SRS hat eine zweite Skala auf dem äußeren Ring. Das heißt, die innere Skala für die 60 Minuten Messung ist grau und ist der innere Tachymeter-Skala. Für Vorgänge, die zwischen 60 und 120 Sekunden dauern, gibt es eine zweite Skala, die etwas weiter außen liegt und rot ist, so dass man auch Vorgänge messen kann, die in Stundenkilometer ausgedrückt zwischen 60 Stundenkilometer und 30 Stundenkilometer liegen. Damit man weiß, wo man sich genau befindet, ist die erste Stopp-Minute auf dem Stopp-Minuten-Totalisator rot gehalten, so dass man weiß, dass man bei der Stoppung eines bestimmten Vorgangs die äußere rote Skala verwenden muss. Richtig toll gemacht, gefällt mir gut. Hier seht ihr übrigens das schwarze Vintage-Lederband an der Uhr montiert, das sehr, sehr stark nach Leder riecht, aber sich nach einem Tag Eingewöhnung ausgesprochen interessant trägt. Das Werk ist in meinen Augen ein richtiger Hingucker, gefällt mir super gut und hier ist auch ein Glasboden aus meiner Sicht angebracht. Man sieht hier rechts im Bild das Säulenrad sehr schön. Die Drücker sind als Pilzkopfdrücker ausgeführt und die Krone nimmt diese Form auf durch den etwas freistehenden Tubus, wobei Tubus ist hier nicht der richtige Ausdruck. Die Uhr hat das D3-System, das heißt direkt doppelt dicht, keine Tuben in der Uhr, weder bei den Drückern noch bei der Krone. Alles dichtet direkt gegen das Gehäuse ab, so dass die Uhr auch ohne verschraubte Krone und ohne verschraubte Drücker eine Wasserdichtigkeit von 100 Meter hat. Mir gefällt sehr gut, wie die Uhr verarbeitet ist. Auf der Krone und auf den Drückern gibt es eine Art Sonnenschliff. Das Gehäuse ist außen mattiert, der Topring ist an der Seite poliert, man hat also hier den Wechsel zwischen satiniert und poliert, wohingegen der Topring auf der Oberseite wieder mattiert ist. Ein wunderschöner Wechsel unterschiedlichen Lichtspiels gefällt mir wirklich sehr sehr gut. Die Uhr kostet am Stahlband 3.990 Euro und ist damit natürlich wirklich eine Uhr, die für Sinn schon nach meiner Einschätzung, ich habe es nicht genau nachgerechnet, über dem Durchschnitt liegt. Der limitierte Schleppzeiger-Chronograph kostet mit 5.500 Euro deutlich mehr und hier zeige ich euch einmal, wie Start-Stop-Rück funktioniert. Aktuell läuft die Stoppzeitmessung, mit einem Druck auf 2 Uhr wird gestoppt und auf 4 Uhr zurückgesetzt. So kennt man üblicherweise das RALJU 7750. Der Flyback-Chronograph erlaubt es aber durch Drücken auf 4 sofort auf 0 zurückzustellen und bei Loslassen des Knopfes startet die Zeitmessung unmittelbar erneut. Und das kann man beliebig oft wiederholen, sodass man immer wieder den gleichen Vorgang, die gleiche Strecke, die gleiche Handhabung messen kann, wenn sie sich mehrfach wiederholt und direkt sehen kann, wie viel Zeit dafür benötigt wird, ohne dass man stoppen, nullen und neu starten muss, was ja gegebenenfalls einen Zeitverlust bedeuten würde. So hier sehen wir noch einmal die beiden Tachymeter-Skalen. Innen auf der grauen Skala die Einheiten pro Stunde bei einer Stoppzeitmessung bis 60 und wenn es dann über 60 hinausgeht, gibt es den kleinen roten Haken neben der 60 auf die äußere rote Skala und dann geht es weiter mit 59, 58, 57 Einheiten pro Minute bis hinunter zu entsprechenden 30 Einheiten pro Minute und die 1 auf der Skala des Minutentotalisators ist rot, um anzuzeigen, dass bei Überschreiten der 1 Minuten Stoppzeit die äußere rote Skala zur Anwendung kommt, um die Einheiten pro Stunde abzulesen. Das ist etwas, was ich im Bedienungsheftchen nicht gefunden habe. Ich habe da bei SYNN angerufen und gefragt, warum ist die Minute rot? Unmittelbar konnte mir das bei SYNN keiner sagen, aber wie so oft, wir haben uns dann ausgetauscht, ein paar Minuten geredet und sind dann gemeinsam drauf gekommen, welche Bedeutung die rote Minute hat. Und für mich ist das eine sehr, sehr schöne Sache, eine außergewöhnliche Sache. Es ist kein großes Ding, aber ich mag auch diese kleinen Dinge einfach sehr gerne. Und diese Uhr hat es einfach. Was ich an der Uhr auch wirklich mag, ist, dass sie eine typische SYNN ist, gleichzeitig aber auch eine sehr untypische SYNN. SYNN hat nicht so viele Uhren mit hellem Ziffernblatt. Das ist eine davon. Und es ist zudem eine sportliche Uhr, ein sportlicher Chronograph mit hellem Ziffernblatt. Die anderen Uhren mit hellem Ziffernblatt sind mehr in der klassischen feinen Linie. Nicht bei den sportlichen Uhren zu finden. Und das gefällt mir sehr gut. Mit diesem Feature fällt die Uhr für mich komplett aus dem Rahmen. Und wie gesagt, 3.990 Euro am Stahlband bzw. 3.700 Euro am Silikonband bzw. Lederband machen diese Uhr zu einer vergleichsweise teuren Sinn, aber auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Sinn. Ich habe den Silikonbandpreis genannt, wobei ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Uhr würde ich nie und nimmer am Silikonband tragen, weil ich einfach finde, es passt überhaupt nicht. Das Feinliederband, finde ich, passt hervorragend zu der Uhr und ist eine ganz, ganz tolle Wahl. Jetzt im Sommer, wo es heißer ist, man vielleicht am Arm etwas schwitzt und man kein Leder haben möchte. Aber auch ein schwarzes Leder wie gezeigt oder ein Cognac-Whisky-Honigbraunes Leder würde hervorragend passen. Ich habe mir noch ein Band von Mais Berlin bestellt. Das ist leider noch nicht gekommen. Vielleicht zeige ich das später in einem anderen Video nochmal. Das sind alles Farben, die ich mir sehr, sehr gut an der Uhr vorstellen kann. Die Indizes sind aufgesetzt, die Zeiger sind ganz schwarz, genau wie die Indizes. Es gibt keine Leuchtmasse, was bedeutet, die Uhr ist im Dunkeln, bei absoluter Dunkelheit nicht gut abzulesen. Im Zwielicht dagegen wirklich immer noch gut ablesbar. Was auch sehr schön ist, ist, dass die Totalisatoren versenkt sind und die Kanten eine polierte Phase haben. Was je nach Lichteinfall immer wieder einen besonderen Effekt erzeugt und nicht einfach nur einen planaufgesetzten Totalisator, ich kann es doch, sondern versenkt mit polierter Phase alles deutlich hochwertiger als die Uhren, die auch preisgünstiger verkauft werden. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal, wie ein, zwei, drei andere Bänder aussehen. Das ist jetzt das Feindlederband, das schwarze Vintage-Lederband mit der roten Kontrastnaht, hatte ich hier euch schon in einer anderen Einstellung gezeigt. Das macht die Uhr in meinen Augen sehr, sehr sportlich, passt klasse, aber das Band riecht sehr stark nach Leder und färbt auch leicht ab, habe ich heute gemerkt. Also das ist bei heißen Tagen vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Das andere Band, was Sinn quasi standardmäßig anbietet mit der Uhr, ist das Pferdelederband in einem mittelbraun. Und das passt wirklich ganz hervorragend zu der Uhr und das wird, wenn es nicht mehr so heiß ist, wahrscheinlich auch das Band meiner Wahl sein, zumindest für den Winter. Mich würde sehr interessieren, was ihr über die Uhr denkt, ob ihr euch vorstellen könntet, sie zu tragen. Lasst mir den Preis mal außen vor, reden wir nur über Funktion und Design. Wie gefällt euch das? Was haltet ihr von der Uhr? Passt sie gut in das Sinnportfolio rein? Ich finde, sie passt hervorragend rein und ergänzt es wunderbar. Bleibt bitte gesund, schaut meine nächsten Videos und bis dahin. Tschüss, euer Axel.